Das ist unser Nervensystem. Das braucht Nahrung. Das heißt, wir nehmen aus einer Pflanze, die wir zu uns nehmen, da gibt es einen Wirkstoff drin. Der gibt unserem Nervensystem die Botschaft, dass jetzt die Pflanzengeister zu Besuch kommen. Das ist unser Nervensystem. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren alle geöffnet. Das ist unser Nervensystem. Wir kommen vor allem für die Pflanze. Das ist unser Nervensystem. Das ist unser Nervensystem. Die Natur hat uns dazu gemacht, außergewöhnliche Bewusstseinszustände zu erleben und zu begreifen, wer wir selbst sind, was für Saisonen, woher wir kommen, wohin wir gehen werden. Wir sind sozusagen Wahrnehmungsorgane des Universums, um sich selbst kennenzulernen. Wir sind sozusagen Wahrnehmungsorgane des Universums. 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 Wir sind sozusagen Wahrnehmungsorgane des Universums.